Wo sind die Geisterjäger, Schatzsucher und Piraten? Aufgepasst, denn im Freizeitland Geiselwind wartet ein Abenteuer nach dem anderen auf euch. Hier könnt ihr eine gemütliche Fahrt mit den Luftschiffen erleben oder aber eine rasante Fahrt auf dem Vulcano ganz nach oben hinaus bezwingen. Ihr könnt hungrige Krokodile bezwingen oder aber einen wilden Tanz mit dem Breakdance machen. Im Freizeitland Geiselwind warten auf euch verschiedenste Themengebiete, die eine hohe Anzahl an Abwechslung bietet. Wir hatten hier eine Menge Spaß. Es gibt Achterbahnen, die vorwärts und aber auch rückwärts fahren. Genauso findet ihr aber auch eine tolle Schützschaukel, Kettenkarussells, Riesenrad, also es ist wirklich alles da. Fliegende Untertassen, bei denen man nicht genau weiß, in welche Richtung sie sich jetzt drehen. Einen freien Fall für die kleineren Kinder und diesen traue sogar ich mir zu. Dann gibt es im Freizeitland Geiselwind auch neue Attraktionen, wie zum Beispiel diese Schießanlage für die Kleinsten. Da schießt ihr auf LED-Lichtle und zum Schluss wird der Beste gekürt. Der Streichelzoo ist auch wunderbar. Unsere Kinder waren da nicht mehr herauszubekommen. Die Ziegen sind sehr zutraulich, ganz lieb. Die warten natürlich auf Futter, weil in diesem Streichelzoogehege gibt es einen Futterautomaten. Das wissen auch die Ziegen. Sie freuen sich natürlich auch über Streicheleinheiten. Ihr findet auch noch weitere Tiere im Freizeitland Geiselwind, so wie die Wannabe-Kängurus, Rentiere und auch die Affen. Weiter geht es in der Piratenburg. Hier müsst ihr einen verschollenen Schatz finden. Die Gefahren lauen aber schon, bevor ihr überhaupt in die Piratenburg hinein könnt. Wenn ihr diese bezwungen habt, was nicht ganz einfach ist, geht es in der Piratenburg weiter. Auch hier lauern einige Gefahren auf euch und wenn ihr ganz viel Glück habt, findet ihr auch den wunderbaren Schatz. Und weiter geht es mit der Schatzsuche in der Pyramide des alten Pharaos. Hier müsst ihr auch einen Schatz finden und die Spannung ist fast nicht mehr auszuhalten. Auf dem Wasser geht es weiter, denn hier dürft ihr mit Kanonen spritzen. Ein geheimnisvoller Garten wartet auf euch. Und ganz neu wurde der Bauernhof errichtet. Dieser Themenbereich ist für die Allerkleinsten. Hier geht es gemütlich mit einem Bähnle durch die Scheune und ihr seht verschiedene Tiere. Es gibt weitere Attraktionen für die Kleinsten. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Und für die ganz Mutigen unter euch, die von Halloween noch nicht die Nase voll haben, diese müssen unbedingt das Spooky Geisterhaus besuchen. Denn hier seht ihr Sachen, die man sonst nicht sieht. Achtung, Achtung, nicht für kleine Kinder und nichts für schwache Nerven. Das Freizeitland Geiselwind bietet tolle Themenwochenenden an. Aktuell sind die Halloweenwochen dran, wo wir wirklich sehr viel Spaß hatten. Vor allem weil unsere Kinder so begeisterte Halloweenfans sind. Im Anschluss kommt das Winterwonderland. Das ist bestimmt auch sehr schön. Wir hatten eine Menge Spaß in diesem Freizeitpark, weil er auch so abwechslungsreich war und immer wieder Überraschungen auf uns gewartet haben. Der krönende Abschluss war natürlich das tolle Feuerwerk und die Feuershow. Wir wünschen euch viel Spaß im Freizeitland Geiselwind. Euer Waldkinder Treffpunkt.